Hallo, willkommen zurück zu ARK Survival Ascendant. Heute werde ich das neue Club ARK angucken und alle neuen Modi spielen, die sie hinzugefügt haben. Also, los geht's. Hier sind wir im Club ARK. Kann ich das mitnehmen? Ja. Äh, meine allererste Seite um ein Stück Kack... ...Augen... ...Supplies... ...Wa? Ey! Ey! Komm zurück! Collect... ...Train Robbery... ...Mani-git... ...Supplies... ...Store... ...Random Loot Box für 1000... ...Oh, und da krieg ich Items raus. Nie im Leben, die haben Loot Boxes. Ich bin zugefügt. Oh! Kann ein Chibi... Man kann Chibis bekommen, man kann Skins bekommen... ...Seltenere Items... Build the tower... ...Small, medium, large stretcher for costume cosmetics... ...Can hold one item... ...Fancy Armchair... ...Play Minigame... ...Kann das nicht machen... ...Weapons... ...Natürlich sind alles in Loot Boxen, ne? ...The Bank... ...Saloon... ...Casino... ...Spin the Wheel... ...57... ...Gott... ...Ja, es gibt zwei Minigames... ...und eine Story-Mission... ...Und ich glaube, ich hab mir alles angeguckt... ...Also lass uns mit einem... ...Minigame anfangen... ...und zwar... ...2001... ...Lasso Game... ...Die Overs sind aus deren... ...Pens rausgekommen... ...Benutzt dein Lasso um sie... ...Benutzt dein Lasso auf einem Eckhuss... ...um die Overs wieder zurückzubringen... ...Make sure to avoid the wild rams... ...Time remaining... Ich muss fünf anscheinend holen... ...Oh... ...It was Level 7... ...I'm remaining... ...Da ist einer... ...Oh, you killed in Office... ...Uhh... ...Ahh... ...Oh Gott... ...Was ist das? ... ...Ja... ...Hab den... ...Gott, es ist schlimm... ...Gott, sind hier viele... ...Deliver the Sheeps... ...Ahh... ...Ahh... ...Hier rein... ...Okay... ...Points... ...und das muss ich viermal machen... ...Ahh... ...Ahh... ...Wo ist er hin? ...Ram... ...Rong Sheep... ...Warum hat er es nicht getroffen? Oh mein Gott, die laufen die ganze Zeit... ...in mich rein... ...Kong, gib mir den... ...Okay... ...Okay, das schaffen wir... ...Der ist in mich reingesprungen... ...Nummer 4... ...Deliver the Sheeps... ...Ich war doch schon hier... ...Ja... ...Nah, ganz knapp... ...Oh, hallo... ...Gott, okay, das... ...Okay, nicht stehen bleiben... ...Einfach nicht stehen bleiben... ...Ahh... ...Rong Sheep... ...Aber ich verliere ja nichts... ...wenn ich... ...das falsche Schaf... ...Ja... ...Git zwei Minuten, um den zu deliveren... ...Easy... ...Wow... ...Zweihundertfünfzig... ...Okay... ...Obwohl nun ein Quiz... ...und der 34-Frame heißt... ...Oh, nee... ...Okay... ...Machen wir... ...Rain Robbery... ...und Gamma... ...Okay... ...Los geht's... ...Warte, was... ...R3... ...Aber ich will nicht... ...Okay... ...Gott, da sind so viele Leute... ...Okay... ...Eins hab' ich... ...Nein, ich muss nachladen... ...Okay... ...Okay... ...Ein letzter... ...Ein letzter... ...Oh... ...Ich glaub' ich hab's geschafft... ...Oh... ...Das bin ich... ...Also, glaub' ich... ...Der hört auf... ...Rein... ...Egg train control... ...Egg train control... ...Eggot... ...Eggot... ...Recrier's Sword... ...No... ...Aha... ...Medical Blue... ...Oh... ...Primative Wooden Shield... ...Gott... ...Gott, die haben auf mich gewartet... ...Gott, ich bin fast tot... ...Gott... ...Ah... ...Gott! ...Okay... ...Was' das? Oh! Hehehehe... ...Oh, yeah... ...Gott... ...Gott... ...Ib' keine Zeit zum Looten... ...Bin' ich einfach durch... ...Ich bin so nah... ...Hab' ich's geschafft? ...Oh, Gott... ...Ich hab's im gleichen Moment geschafft... ...Als... ...Ich verloren habe... ...Bedeutet... ...Es ist verglitscht! ...Versuch Nummer 2... ...Wenn ich nicht einfach so nachladen... ...das blöd... ...Naja... ...Geschafft! ...Naja... ...Oh... ...Naja... 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 ...T-Train Control... Das war doch alles, ne? Take control of the train Defend Von was? Und was muss ich defenden? Gott, was zur Hölle? Das ist ein Death One? Ahaha Train Stunt You've been eliminated from the mission Bin ich runtergefahren? Okay, ich glaub, das schaff ich nicht alleine Dann lass uns die letzte Mission machen Letzter Minigame Wack a do Last so game hab ich doch geschafft Okay, wack a dodo Ich bin sehr interessiert, was das ist Oh, das ist dieser Rapunengarn, die hab ich noch nie benutzt Oh, Gott, er hat ne Bombe Oh, ich kann einfach Spammen, okay Gott, komm nicht zu mir Ich will gucken, was passiert, wenn ich so eine von diesen Akatinas abschieße Oh, da krieg ich ja mal 20 Punkte raus Oh, da krieg ich ja mal 20 Punkte raus Oh, da krieg ich ja mal 20 Punkte raus Oh, da krieg ich ja mal 20 Punkte raus Okay, ich weiß, was ich viele Ist das zu verg overcome Boah, klar growl…. 500, okay, okay, jetzt verstehe ich wie, nächste Runde schaffe ich es dann. Gott. Oh. Was? Also ich muss Runden davon machen. Der Toroboss ist wieder da. Ich muss spawnen da, wieder in der Mitte. Komm schon, letzter. Ja, haha, was besiegt. Nein, wir sind da wieder her. Wie, time remaining. Plus 900. Wecke Dodo. Okay. Nee, ich will mir jetzt irgendwas kaufen. Casino. 57. Man kann Dinos bekommen. Wenn ich das richtig sehe, hat man einfach die Chance auf einen Dino. Also was, lass uns mal vom Großen machen. Oh. Oh, der ist aber hier drin. Purple Ball Winter Beanie Skin. Club Arc Reward. Ich hab dann Wacker Dodo auf Beta versucht. Es ist, äh, nicht sehr gut gelaufen. Also hab ich Nico eingeladen, damit er mir helfen konnte, den Dodo auf Beta zu besiegen und Bob's Toll Tales zu schaffen. Und hier sind die zweimal, wo wir es, äh, geschafft haben. Bin, ich hab mehrere Male Alpha verkackt, weil der Zug so schnell war. Nee, weil das Teil so viel HP hatte. Du musst aber alles ignorieren. Wenn du's kannst. Wer? Oh. Gott, ich muss nachladen. Der schwerste Teil ist wahrscheinlich das hier. Hier? Wo es runter geht? Ja. Müssen wir wohl nicht machen. Freu mich schon, wenn wir so irgendwann, kacke, äh, hier chillmach. Ich bin doch nicht bereit. Pass auf, dass jemand. Weg des Lebens. Yeah, ist noch in my food. Willst du es auch? Ja, es nimmt, ich mach. Um schon, Pflanze? Stimmt. Pflanze. okay ich habe jetzt auch etwas rüstung du hast halt schon flack oder das noch einer von diesen pflanzen warte mal lass mich mal ich glaube hier einfach mit dem schwert rein oder ja und das ist schon zwei auf die wir tun ich liebe dass die meisten wartet sind auch schon dann war das hier oben schon ich nehme ich nehme noch etwas das ist man kann diese pflanze von mir nicht treffen ok also ich kann es kommt ich gehe direkt direkt auf das ding ja ich nutze schon mal warum ist es warum ist er noch da das teil kann man nicht kaputt machen was jetzt schießt er auf mich ich hab dich getötet bestimmt vergessen jetzt auch noch ein level das ist das mal unten dass das mal unten bevor wir in den nächsten gehen ja weil ich diesen so viele mädchen sich nehmen ein wie viel hast du gerade hier okay dann lass mich den letzten nehmen dann haben wir zwei bekommen nein ich habe gar keine flinte kriegt man nur eine flinte ja okay dies kacke macht weniger schaden als schwert ich hoffe nichts aber die der frau ist kann man nicht weg schießen da ist ein timer ja dann warum ist ja einer der mich attackiert und den ich gerade attackiert habe und jetzt ist er weggegangen die kommen einfach umgreifen einmal an und dann gehen sie ja das ist so das ist das erste mal wo ich richtig melkungs benutzt habe okay die knarren sind so gut ja ich mache die phoenixe also ich versuche es auf jeden fall falls die spawnen das ist ja ein schatten aber wo von wo kommt der da ist noch ein phoenix das gute ist dies kommt am wang das ist wanted defend train müssen wir das jetzt diese acht minuten lang machen na ja es sind nur phoenixe ja ich sehe nichts ich sehe nichts siehst du den großen davon direkt vor uns ja siehst du siehst du die bomben die müssen wir kaputt schießen ja okay geh du auf den ich gehe auf alles andere ja ich mache die bomben kaputt es gibt drei bomben und da gibt es immer so ein timer wenn man die kaputt machen kann ja da ist einer unten oh ja da ist einer unten oh oh ich bin fast tot ich bin fast tot das ist kein medroost mehr ja doch ja man schaffst haben wir es so ganz geschafft ja das war das ende das war der letzte chapter sag ich mal yo ooooh oh cross the chibi 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 hallo hallo was warst du es ist chibi hast du bekommen kurze unterbrechung von einem eins gegen eins sniper rifle duel oh 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 So, er hat Aimbot angemacht, er hat Dings gemacht. Ich bin der PvP-Meister. Oh. Gott. Jo, komm nicht so nah. Komm zurück. Ja, Mann. Ich kill dich gleich. Du bist gleich dead. Go dead to me. Na, du triffst nicht mehr, du triffst nicht mehr, nein, nein. Gott, das sind so viele Schüsse, die ich mit der Armbrust treffen würde, weil du reinlaufen würdest. Bist du nicht rot? Ist dein Bildschirm schon rot? Nee, gar nicht. Bist du sicher? Meiner ist nämlich über der Hälfte noch. Jo, ey, der Typ hat Dings angemacht. Jo, ey, was hast du gemacht? Ey. Das kommt von all dem Rainbow Six. Achso, ja, stimmt, du hast so. Reaktionszeit einer Fliege. Ja. Ja. So, jetzt Zeit dein Wissen. Warum leuchte ich rot? Hallo? Ich leuchte rot. Die haben, warum sie leuchten. Okay, wir haben schon 400 Punkte in den ersten 20 Minuten, 20 Millisekunden. Eigentlich wäre es für das Spiel, also für die Taktik, wäre es besser, einfach nur normal zu laufen, weil wenn man sprintet, kann man nicht schießen. Ja, aber dann würdest du so sterben. Ja. Weil theoretisch gesehen, sobald du den Beiß-Sound von Dodos hörst, wirst du weggebrannt. Sobald du den Beiß-Sound hörst, dann kannst du schon irgendwie gemacht werden. Aber die explodieren sofort, nachdem sie gebissen haben. Noch 100 HP habe ich. Ich wohne noch kein einziges Mal habe ich Schaden bekommen. Ich habe 100 HP, einfach nur weil Akhatinos so viel heilen. Geht Zeit zu laufen. Jo, sind da viele hinter mir. Nein, geh weg, Dodos. Ich bin jetzt nicht in Dodos. Geh mir die Bombe. Stimmt, ich habe aus Versehen Auto-Aim gemacht. Ich habe die ganze Zeit Pik abgedrückt, ne, er nimmt die Bombe nicht. Gott. Wie viel HP hast du? Ich? Eine 30. Okay, lauf einfach HP. 6 HP. 6 HP. Ich habe 6 HP. Ich habe 6 HP. Wäre besser, wenn ich einfach nichts mache. Komm schon, ich habe ihn doch getroffen. Okay. Komm schon, das muss sein. Okay. Ich habe 13 April, ne, wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich tot. Ich sag dir so. Ja. Genau. Sag mir. Man überlebt mit 68 HP eine Bombe, aber danach stirbt man. Ja. Ja. Weil, die machen... Ah, äh, 67 Schaden. Ja, dann... Okay, dann mach noch ein bisschen. Geh mal. Ja, okay. Okay. Dodo weg. Schieß mal ein bisschen hier. Dodo weg. Explodiert doch! Ricks Dodo. Ja, der ist in der Meer her. Ich bin in der Mitte der Doros. Man wird halt so viel langsamer, wenn man die Bomben nimmt. Ja, es sind halt Doros. Jetzt geht er nicht mehr auf mich, sondern auf dich. Nein! Nein, die Bombe ist vor mir weggegangen. Nein! Der Doros in... Ist in meinen Doros in... Es sind so 50 Doros hinter mir her. Der Dodo ist in meinen Dodo reingesprungen und hat ihn geblockt. Ey, wer... Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Ja, haha! Oh, too easy! Too easy! Meine Güte! Ich mag, dass er 900 steht, bevor er steht. 2400! Special Reward! Special Reward! Special Reward! Special Reward! Special Reward! Und Elias wirft! Er trifft! Der Dodo-Boss stirbt! Mit diesem Wurf hat er das Spiel beendet! Die Menschen gewinnen! Das war dumm, aber ich sage jetzt Tschüss! Bis nächstes Mal! Äh, mir hat ClubArc sehr gefallen! Ich find's sehr cool! Und bin schon gespannt, was sie bei Aberration machen! Also mit dem Schatten stoppen! und da mit dem Schatten schlafen! Der Dodo-Boss gibt es in den Schatten. Vielen Dank.